Du möchtest die SPD unterstützen und beim Tür-zu-Tür-Wahlkampf mitmachen? Dann haben wir gute Nachrichten für dich. Diese Zeiten sind Geschichte. Ab sofort erleichtert die Tür-zu-Tür-App die Dokumentation deiner Ergebnisse. Die Tür-zu-Tür-App ist eine Webseite mit digitalen Fragebögen und Kontaktformularen. Quasi ein digitales Klemmbrett. Darin kannst du eingeben, wo die Wählerinnen und Wähler der Schuh drückt. Kandidierende und ihre Teams bekommen die Ergebnisse aus ihrem Wahlkreis unmittelbar angezeigt und können auf Grundlage dessen den Wahlkampf weiter planen. Und so einfach funktioniert's. Über tzttspd.de loggst du dich mit deinem Kampa17-Account in die App ein. Völlig kostenlos. Klicke auf Los geht's, wähle den Themen-Fragebogen aus und gib die Straßenabschnitts-ID ein. Die ID erhältst du von deiner Wahlkampfleiterin oder deinem Campaigner. Sie definiert Straßen in deiner Nachbarschaft, in denen sich der Tür-zu-Tür-Wahlkampf besonders lohnt. Stell der Wählerin oder den Wähler die vorgegebenen Fragen und gib die Antworten direkt in der App ein. Bist du mit dem Fragebogen durch, geht's ab zur nächsten Tür. Die App funktioniert auch ohne Internetverbindung. Sie speichert deine Eingaben und synchronisiert sie automatisch, sobald du wieder online bist. Mit der neuen App machen Tür-zu-Tür-Besuche noch mehr Spaß. Und der Feierabend ist auch gerettet. Registrier dich noch heute unter tzttspd.de An die Türen, fertig, los!